Hey Christoph, ja hier ist dann unser Truck. Wie du siehst, prima aus, ein bisschen schmutzig. Guck mal, Sand. Da haben wir im Nasse gefahren. Hier Innenraum, Ladefläche, sieht alles noch gut aus. Hier auch wieder Schmutz. Es gibt echt kein Rost, kein Blasen, nix, echt nicht. Das einzige wie gesagt ist der Lack, der hat ein klein bisschen, oder klein bisschen, vielleicht ein bisschen hier und da, Staub. Da ist Staub drin und mit dem Staub, die kann man vielleicht schleifen und dann, wenn das geschliffen ist, kann man wieder polieren und dann sieht das wieder gut aus. So, keine Sorgen da. Unter der Haube. Moment. Motor. Da ist der Motor. Gibt sogar noch Klima, aber funktioniert nicht. Denke ich, weiß ich eigentlich gar nicht. Alles ist noch da, Heizung, aber die Schlauche sind glaube ich nicht angeschlossen, oder? Ja doch, sind da. Klima ist nicht angeschlossen. Okay und dann würde ich den Motor mal starten. Hier da ist der Vorbesitzer. Haha, keine Ahnung. Nicht zu laut. Ist aber gut. Lauft ruhig. Muss gut sein, ja? Mal wieder abschalten. So. Wie gesagt, keine Sorgen. Dein Geld bekommst du immer wieder zurück. Immer. So. Okay. Ciao. Ciao.